So, Servus YouTube. Ihr seht was ich hier in der Hand habe. Es ist ein Gasdrucktämpfer von der Heckklappe vom Kompakt G36. Den werde ich jetzt tauschen. Das ist hier der alte, den habe ich schon von der rechten Seite getauscht. Man hört auch, dass er defekt ist. Ja, der kommt jetzt weg, weil im Sommer hat er die Heckklappe noch gehalten. Jetzt kommt der Winter. Und da die Temperaturen kälter sind, da habe ich jetzt schon die letzten paar Tage gemerkt, hält die Heckklappe nicht mehr oben. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn man einkaufen geht und dir die Heckklappe auf den Kopf hält. Ja, da habe ich jetzt hier einen neuen, beziehungsweise kauft man ja immer zwei Stück. Einen habe ich ja schon montiert. Und den montieren wir jetzt zusammen und dann zeige ich euch mal, wie das ganz einfach vonstatten geht. Hier seht ihr den Gasdruckdämpfer. Den werde ich jetzt tauschen. Der hier unten sieht man schlecht. Aber ich werde euch mal kurz dran zoomen. Und der hat hier eine Spange. Die muss man nach außen drücken mit dem Schraubenzieher. Wenn es jetzt bei dem alten Dämpfer abbrechen sollte, wäre eigentlich egal. Solange er beim neuen Dämpfer nicht abbricht. Ja, dann fangen wir mal an, das raus zu montieren. So, jetzt machen wir das mal raus. Vorab, wenn ihr alleine arbeitet, so ein Gasdruckdämpfer alleine, hält euch die Heckklappe nicht. Wenn ihr natürlich den jetzt raus macht, könnt ihr euch die Heckklappe auf den Kopf fallen. Deshalb stützelt irgendwie ein altes Holz oder so unter die Heckklappe. Jetzt muss ich den Spanner nochmal aufmachen. Wenn er jetzt ausrutscht, ist das auch egal. Dann machen wir das mal ab. Ja, so soll das natürlich nicht passieren. Ich lasse den Schraubenzieher am besten drinstecken. Oder ich mache es gleich raus, die Scheiße. Ist ja egal. So, so einfach geht das. Hier oben natürlich dieselbe Geschichte. Spanner aufmachen und rausziehen und natürlich dann den neuen Dämpfer einsetzen. Jetzt ist die Heckklappe fertig. Jetzt testen wir nochmal. Ich habe euch zwar jetzt nicht vorher gezeigt, wie es abgefallen ist. Aber wenn ich sie zu halte, geht sie automatisch wieder auf. Ja, jetzt habe ich das Video gemacht, wo ich die Gasdruckdämpfer tausche. Und ja, ich habe euch ja gezeigt, wie man sie abmontiert. Einmontieren ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht nicht mal die Spangen öffnen. Ihr steckt die neuen Dämpfer einfach bloß auf diese kleinen Kugeln drauf. Und dann rasten die von allein schon ein. Und somit ist dann der ganze Um- und Ausbau schon geschehen. Und ihr habt Freude dran, dass eure Heckklappe wieder nach oben hält. Also, ich wünsche euch was. Servus, ciao.